Okay, rein. Hast du Helm an, Digga? Hi, hier ist Marc von FahrtechnikTV. Ich bin heute für euch indoor unterwegs. Das heißt, Fahrtechnik-Tipps, was kann man im Haus, in der Garage, wenn man wenig Platz hat, üben. Das Video hat noch viel mehr zu bieten. Wir haben ein Gewinnspiel am Ende und noch eine Challenge, die wir zwischendurch machen. Also eine Menge Neues und warum ich hier so aussehe, wo ich hier bin, die News kommt auch noch in dem Video. Seid gespannt. Ansonsten kann man nie genug trainieren. Ihr kennt den Trackstand, das heißt, dass man so steht. Und es geht aber auch, dass man erstmal ganz langsam fährt. Wichtig ist, dass ihr da wirklich die Radkontrolle verbessert. Bevor ihr den Trackstand, also den Stehversuch, ganz im Freien trainiert, ist es sinnvoll, sich abzustützen. Ich habe jetzt hier mal was Stabiles gefunden. Bitte nehmt keine weiße Wand oder irgendwo was, wo man da mit den reiten Spuren hinterlässt. Da gibt es Ärger mit der Family oder mit Papa und Mama, keine Ahnung. Und ja, wichtig ist, die zwei Hauptfehler, die die Leute beim Balancieren machen, ist, dass sie zu tief stehen und das Gewicht auf den Lenker haben. Könnt ihr hier schon korrigieren. Locker stehen, Gewicht auf die Beine, Beine schön gerade. Und dann habt ihr die Möglichkeit, ihr Rad unter euch zu bewegen und einen guten Balancepunkt zu finden. Liebe Leute, der Trackstand, der Stehversuch braucht viel Übung, das ist klar. Und bevor man so ganz lange steht, wichtig ist, fangt es direkt an, auch leicht bergauf zu trainieren. Das habe ich jetzt hier heute nicht. Ich bin direkt an der Ebene. Wichtig ist, dass man die Bremshebel nicht nutzt, sondern man kann auch mal vorderte Seite wechseln. Sondern, dass man versucht, ohne vorderte Bremse das zu machen, ohne Hinterradbremse. Und wirklich dann mit den Pedalen noch ein bisschen vor und zurück pendeln kann. Ihr könnt natürlich auch alle Übungen, wenn die Balance sitzt, die ihr sonst macht, auch Indoor machen. Mit wenig Raum. Und das verschärft das Ganze. Das macht es noch spannender. Zum Beispiel könnt ihr üben, das Vorderrad zu nutzen. Also, ganz langsam fahren mit Balance, Lenker wegschieben, Vorderrad anlupfen. Ihr könnt auch nochmal üben, das Hinterrad anlupfen. Ihr könnt auch hingehen, kleine Verbindungen. Vorderrad, Hinterrad. Vorderrad, Hinterrad. Ja, dann werdet ihr merken, da gibt es endlos Möglichkeiten. Ihr könnt versuchen, sehr enge Kurven zu fahren. Dann kann es sein, dass ihr einen kleinen Vorderradversetzer machen müsst. Oder ihr macht einen kleinen Hinterradversetzer. Tausend Dinge, die ihr auch mit wenig Platz daheim üben könnt, wenn draußen Scheißwetter ist oder ihr vielleicht eine fette Erkältung habt und nur ein bisschen rumspielen wollt. Also, super ist natürlich, wenn ihr dann das Balancieren und das Stehen auch anfangen könnt, wenn ihr den Platz habt. Vielleicht gibt es ja eine Treppe, eine ganz kleine zwischen Garage und Keller oder so. Hier habt ihr eine Zweierstufe, dass ihr ganz langsam werdet, stehen bleibt und dann wieder weiterfahrt. Das Schöne daran ist natürlich, dass ihr auch direkt eine Relevanz habt für es genäht. Weil, wenn ihr immer nur den Spähversuch macht, habt ihr das Vorderrad stark eingeschlagen. Wenn ihr jedoch in einer kleinen Kette oder an der Stufe stehen bleibt, müsst ihr das Vorderrad gerade halten und mehr mit dem Körper arbeiten. Schön ist auch, wenn ihr dann das übt, dann könnt ihr auch mit hängenden Fersen arbeiten und eurem Körpergewicht auf den Füßen lassen. Balancieren, aufbalancieren, Vorderrück und weiterfahren. Ja, und das Ganze nimmt natürlich kein Ende. Man kann überall trainieren, balancieren, man kann anfangen, das zu kombinieren. Zum Beispiel, wenn man sagt, man ist im Flur, man hat keinen Platz. Blickführung und eine enge Kurve. Gleichgewicht, Gleichgewicht, enge Kurve. Gleichgewicht, das Sportrad leicht versetzen. Also, da merkt ihr, das nimmt kein Ende. Und ihr werdet es merken, im Trail oder wenn ihr vor einem Anlauf in der Anfahrt von dem Sprung seid, zu balancieren ist immer ein Bonus. Deswegen übt balancieren. Nutzt es, wenn ihr einfach keine Zeit habt. Könnt auch eure Hausschuhe anziehen und einfach nur mal kurz im Keller aufs Rad und üben. Das habe ich früher genauso gemacht. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, wollt ihr einfach mal rückwärts. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Natürlich schön, wenn ihr vielleicht nicht alleine seid, dann könnt ihr euch ein paar Challenges suchen. Da gibt es wieder unendlich Möglichkeiten. Wir haben jetzt mal zwei Challenges rausgesucht. Beides hat auch wieder mit Balance zu tun. Erstmal eine Trackstand Challenge, also Stehversuch. Und ich habe hier den Martin, äh Martin, Kollege von mir. Und ja, jetzt machen wir ein kleines Duell. Das heißt, wir haben hier ein richtig schönes Rad. Wir haben zwei Würfel hier. Da kann man natürlich alles Mögliche nehmen. Und ich stelle mich in den Trackstand. Dann wird Martin mir die Würfel vors vorderen Hinterhalt legen mit einem Zentimeter Abstand. Ich muss möglichst lange stehen, ohne dass ich die Dinger berühre. Wenn ich ein Ding berühre, dann habe ich verloren. Dann kann man die Zeit nehmen im Handy oder abzählen. Und dann hat man schon eine gute Challenge. Also erst ein Trackstand gehen. So, wenn ich mich wohlfühle. Super. Dann kann ich sagen, Martin, leg mal die Würfel hin. Vorses Hinterhalt, vors vorderen. So. Okay, hinten ist schon. Da muss ich jetzt auch passen. Jetzt geht es vorne auch los. Okay. So. Jetzt darf ich die Würfel nicht berühren. Wenn ich doch tue, habe ich verloren. Fuß absetzen, auf am Ohren. Das ist gar nicht mal so einfach. Äh, hab ich probiert? Bein, nein. Ah, okay. Ja, jetzt hat keiner mitgezählt, aber es waren vielleicht fünf Sekunden. Martin ist dran. Hallo, ich bin der Martin von Liquid Live. Wir machen jetzt hier unsere Challenge mit einem schönen Santa Cruz, Hightower LT. Okay. Damit musst du doch gesehen. Also jetzt keine Ausreden mehr, oder? Jetzt gibt es gar keine Ausreden mehr. Okay. Dann gehe ich an die Würfel. Den Trackstand. Sag, wenn du bereit bist. Ja. Okay, hinten ist es schon nah dran. So, auch vorne. Nah dran. Okay, jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Eins, zwei, drei. Das müssen wir normal machen. Das war kacke. So, also. Jetzt haben wir es beide mal probiert. Das war ungefähr unentschieden. Jetzt müssen wir mal ins Finale. Und hinter der Kamera. Der David wird einfach mal laut abzählen. Dann müssen wir nicht aufs Handy gucken oder so. Das ist ja eh relativ simpel. Also die Sekunden abzählen. Und dann würde ich sagen, ich lasse noch warm, Martin. Geht wieder los im Trackstand. Fangen wir jetzt mal vorne an. Okay. Dann hatte ich mal was zum Fokussieren. So, jetzt hinten. Okay. Und jetzt mitzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay. Elf. Elf. Oh, das ist eine ziemliche Nummer. Das muss ich jetzt knacken. Sind wir so weit? Go. Und mitzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Martin hat gewonnen. Martin hat das V3 extrem weit eingeschlagen. Einmal lag die Würfe da. Ich konnte mich nicht mehr berühren und da dachte ich, hier siegt wieder an Martin. Klar, auf dem Fall. Ja, one hand wäre eine Variante. Wenn es euch zu einfach wird, mit einer Hand das Ganze versuchen. Und wer ist jetzt nicht? Okay. Gut, dann würde ich sagen, ab zur nächsten Challenge. Let's go. Also, unsere nächste Challenge, die geht bergab. Das heißt, müsst ihr gucken, ob ihr so eine schöne breite Treppe habt zu Hause, wie wir hier im Laden. Und, oh ja, die gibt es nachher zu gewinnen. Also, unsere nächste Challenge, wir haben hier eine Treppe. Das kann natürlich auch erstmal eine kürzere sein. Bergab, wer zuerst unten ist, hat verloren. Also, klassisches Schneckenrennen. Wir zücken jetzt doch unser Handy mit der Zeitnahme. Da geht es um Millisekunden, wie bei Aaron Gwynn und Co. Oder Greg Menard aus Santa Cruz. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Mal gucken, ob Martin mich wieder erschlägt. Okay, ich starte. So, es geht los. Also, die Uhr läuft. Martin ist unterwegs. Oh, oh, oh. Wie viele Sekunden? Wie viele Sekunden? Und, wenn das Hinten da unten ist. Und, yeah. Also, 12 Sekunden. 12, 18. Okay. Also, ich muss noch langsamer sein, um zu gewinnen. Und dann geht es weiter. Okay, komm, wir müssen ein bisschen hin. Okay, komm, wir müssen ein bisschen hin. Und, ja. Ich muss noch mal ein bisschen hinlegen. Ja. Ja. Jop. Ich war 12, 18. Ich war 12, 14. Ja, er ist Daudel-Fahrer, er ist sonst immer schneller. Das werdet ihr noch miterleben. Heute war ich langsamer. Das ist er von mir gewohnt. Gute Challenge. Also bevor es jetzt das Gewinnspiel gibt, da könnt ihr unter anderem eine richtig gute Goggle gewinnen, Reifen und einen Gutschein, 20 Euro wert, möchte ich euch die Big News erzählen. Ihr habt das schon die ganze Zeit gemerkt. Ich habe einen anderen Helm auf von AXS. Findet ihr unter dem Video den Link. Als sonst, als bisher. Ich habe ein anderes Rad eben gehabt. Ja, bei mir hat sich alles geändert. Fahre den IGTV ist jetzt zusammen mit liquidlife.de. Das ist ein Online-Shop, falls ihr ihn nicht kennt, aus dem Sauerland. Und nur beste Ware, beste Produkte, coole Leute. Deswegen bin ich jetzt auch hier mit im Team. Ich mache weiter für euch Videos, Artikel, Kurse, alles was so am Start ist. Ihr werdet merken, es wird viel mehr kommen als bisher. Es wird sich nicht nur auf Fahrtechnik beschränken. Wir haben jetzt auch noch ein paar andere Experten, die euch als Mechaniker oder für andere Bereiche einfach als Experte viel mehr Tipps geben können als ich. Und wir werden neue Formate haben. Also 2018 wird es jetzt richtig durchstarten. Ihr kriegt richtig guten Content. Und ich freue mich da total drauf. Ja, damit wir das gebührend feiern, gibt es jetzt ein Gewinnspiel auf Facebook und auf YouTube. Das heißt, einmal jeweils die Goggle 100%, ein Gutschein, Liquid Life 20 Euro und ein Satz Maxxis Reifen. Und für die Leute, die bei Facebook das Gewinnspiel mitmachen wollen, ist wichtig, auf dem Beitrag, dem Bild zu dem Gewinnspiel, solltet ihr ein Like da lassen, einen Kommentar, ihr könnt am besten jemanden von eurer Freundesliste da markieren oder verlinken in dem Kommentar. Ja, das sind die Bedingungen. Und wenn ihr natürlich Bock habt, könnt ihr es auch noch teilen, das ist auch cool. Und ja, dann macht ihr bei dem Gewinnspiel mit. Und das wird am 23. verlost. Da wird der Gewinner verlost auf Facebook. Und das gleiche auf YouTube. Da ist es mir wichtig, dass ihr mal in den Kommentar, also natürlich bitte das Video liken, den Kanal abonnieren. Und dass ihr in den Kommentar unter das Video schreibt, was wollt ihr 2018 wirklich lernen auf dem Mountainbike und fahrtechnisch euch entwickeln. Ja, und da wird auch wieder von allen Kommentaren dann einer verlost und der glückliche Gewinner. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert, dass ihr indoor jetzt auch im Keller, in der Garage, im Haus, sobald ihr keinen Ärger mit den anderen Mitbewohnern kriegt, mit dem Mountainbike übt. Und ja, freut euch so wie ich auf alles, was jetzt kommt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Marc.